oh hallo und willkommen zu einer neuen runde auf einen kaffee ich habe das schon sehr sehr lange nicht gemacht und dafür gab es durchaus gründe ich war ja die letzten drei jahre so eine art pfleger im privathaushalt und das ist im falle von demenz und alzheimer dann im finale recht zeitintensiv gewesen und da blieb einfach nicht genug zeit um ständig youtube videos zu droppen und manchmal ist man das schon eher froh wenn man mal irgendwo eine halbe stunde zeit findet einfach mal zu lesen oder alleine zu sein und seine ruhe zu haben und ich will ich will jetzt nicht behaupten dass das so unermesslich zeitintensiv war aber es geht ja mehr darum dass man selten zusammenhängende zeitblöcke findet wo man sich auf irgendeine aufgabe konzentrieren kann oder auf irgendein projekt und man muss immer so mit der halben aufmerksamkeit sich mit der person beschäftigen um die man sich kümmert wie auch immer das ist seit einigen tagen anders nun und wir sind da quasi in die nächste phase getreten was schlagartig bedeutet dass ich plötzlich viel mehr zeit habe als ich es in den letzten monaten und jahren gewohnt war und deswegen greife ich einige meiner alten gepflogenheiten auf und mache mehr videos in dieser richtung mal sehen wie das so läuft wie dem auch sei kommen wir mal zur sache ich habe mir einige notizen gemacht und ich würde ja gar nicht erst so tun als wäre ich ein großer rhetoriker und orientiere mich da lieber an meinen notizen ich dachte daran dass es im englischen in der englischen sprache diese redewendung gibt die da lautet canary in the coal mine ein kanarienvogel in der kohlegrube das ist eine redewendung die spielt auf einer praxis der kohlebergwerke vermutlich des 19 oder 18 jahrhunderts an vielleicht auch früher und hierbei nahmen die arbeiter immer einen käfig mit einem kanarienvogel in die mine mit und da die atemwege eines solchen vogels deutlich schwächer und anfälliger sind als die eines menschen war dieser vogel dort unten in der in dem bergwerk ein bewährtes alarmsystem dafür ob die luft in der grube noch atembar ist oder ob in wirklichkeit der kohlenmonoxid wert steigt und auf diese weise ist diese formulierung ein geflügeltes wort geworden no pun intended und bedeutet zumeist dass etwas zum prüfungsmaßstab werden kann etwas kann ein indikator für einen bestimmten sachverhalt sein warum erzähle ich das nun im augenblick zeichnet sich ja ab dass die nächste regierung der bundesrepublik mit nicht geringer wahrscheinlichkeit eine sogenannte ampelkoalition sein würde besteht aus spd den grünen und der fdb ich kann natürlich nicht die zukunft sehen und es gibt noch ein halbes dutzend anderer koalitionsvarianten die möglich sind aber die pandits der medienlandschaft machen auf jeden fall deutlich dass das hier eine variante ist die eine recht hohe wahrscheinlichkeit auf umsetzung hat wir werden allerdings sehen heute haben ja die sondierungsgespräche zwischen fdp und den grünen stattgefunden und gingen offensichtlich nicht als ein debakel aus vorweg gesagt was halte ich von einer solchen ampelkoalition nun von mir aus es ist besser als sich mit einem draht ins auge zu stechen und wenn dies eben ein ergebnis ist das dir behakt dann sei es drum im grunde kann man mit gewisser gewissheit sagen dass es alles viel schlimmer hätte kommen können aber das ist schließlich auch die kernaussage der deutschen innenpolitik seit jahren und jahrzehnten es hätte schlimmer kommen können das ist glaube ich der maßstab an dem man sich dann in der regel festhält persönlich denke ich dass alle drei parteien ein bahnbrechendes maß an heuchelei und verlogenheit besitzen die eine partei ist pseudosozial und hat seit 30 jahren kaum ein soziales problem gelöst wenn überhaupt nur verschlimm bessert die andere partei ist pseudo ökologisch und sie wird unentwegt große sprüche klopfen in den kommenden jahren aber die gesellschaft vermutlich kaum in die nähe eines ökologischen fortschritts bringen und die ftp nun die sind zwar wirklich liberal in ihrer gesinnung und somit möglicherweise die ehrlichsten in diesem bunde doch bewiesen haben sie es bis jetzt meistens nur gegenüber den reichen und betuchten dort liegen ihre honigtöpfe und die idee ihre neoliberalen vorstellungen hätten etwas mit der breiten bevölkerung zu tun ist fast ein bisschen abwegig eigentlich ist das nonsens das kocht ja nur alle vier jahre so hoch weil das die einzige zeit ist wo die ftp explizit stimmen aus der bevölkerung braucht die restliche zeit scheint das von geringer bedeutung zu sein aber das ist alles egal das ist nur mein geschwurbel das hat noch nie jemand ernst genommen und ich gehe davon aus dass es zu meiner lebzeit auch niemand ernst nehmen wird doch kommen wir mal zu dem kanarienvogel in der kohlegrube spekulieren wir doch einfach mal darauf hin dass am ende der verhandlungen die ampelkoalition entsteht ein regierungsbündnis aus spd den grünen und der ftp diese drei parteien haben eine sache gemeinsam und ich weiß nicht ob sie auch andere sachen gemeinsam haben denn so ein fachmann für deren wahl und parteiprogramme bin ich nicht aber diese eine sache haben sie vollkommen gemeinsam ihre position zur legalisierung von cannabis und ich möchte hier die wahlprogramme dieser parteien zitieren und zwar wortwörtlich erstens die grünen das derzeitige verbot von cannabis verursacht mehr probleme als es löst deshalb werden wir dem schwarzmarkt den boden entziehen und mit einem cannabis kontrollgesetz auf der grundlage eines strikten jugend und verbraucherschutzes einen regulierten verkauf von cannabis in lizenzierten fachgeschäften ermöglichen und klare regelungen für die teilnahme am straßenverkehr einführen die versorgung mit medizinischem cannabis wollen wir verbessern und die forschung dazu unterstützen soweit die grünen die fdb sagt dagegen wir freie demokraten fordern eine kontrollierte freigabe von cannabis wir setzen uns dafür ein den besitz und konsum für volljährige personen zu erlauben nur mit einem verkauf in lizenzierten geschäften können die qualität kontrolliert die weitergabe von verunreinigten substanzen verhindert und der jugendschutz gewährleistet werden wenn cannabis ähnlich wie zigaretten besteuert wird können jährlich bis zu einer milliarde euro eingenommen werden zu beachten bleibt jedoch dass eine zu hoch angesetzte steuer und damit ein entsprechend hoher preis nicht zu effektiver effektiven eindämmung des schwarzmarktes führen wird das zusätzliche geld soll für prävention suchtbehandlung und beratung eingesetzt werden das verbot von cannabis kriminalisiert unzählige menschen bindet immense polizeiresourcen und erleichtert durch illegalen kontakt zu dealern den einstieg zu härteren drogen ich könnte gar nicht mehr einer meinung mit der fdp sein auch wenn das vermutlich das einzige thema oder der einzige punkt ist wo ich deren meinung bin bei der spd ist das bisschen komplexer und das hat ja vielleicht etwas damit zu tun dass sie als partei immer sehr aalglatt ist und deswegen haben sie die betäubungsmittel gesetze tunlichst aus dem wahlprogramm weggelassen vermutlich auch deshalb weil sie ja keine echte positionen haben und bis zum letzten aublick nicht sicher sein können ob sie mit der groko weitermachen oder eine dieser hipster koalitionen eingehen und da die position der cdu csu zum thema cannabis recht eindeutig ist wollte man mit diesen politischen nichtigkeiten sicherlich nicht den teich trüben aber es gibt das offizielle positionspapier der spd vom 11 februar 2020 mit dem titel cannabis neue wege gehen ausrufezeichen daraus lese ich nun die spd-bundestagsfraktion tritt dafür ein im ersten schritt modellprojekte zur regulierten abgabe von cannabis an erwachsene zu ermöglichen wir sehen in der regulierten cannabis abgabe an erwachsene in deutschland eine gute chance für eine erfolgreiche cannabis politik die idealerweise durch eine zeitgleiche stärkung von prävention und frühintervention sowie beratung und behandlung unterstützt wird modellprojekte die unterschiedliche wege der regulierten abgabe von cannabis auch jenseits der medizinischen nutzung ermöglichen können helfen hier den richtigen weg zu finden soweit also die spd wir hätten hier also die konstellation aus drei parteien die sich bei diesem einen punkt weitgehend einig sind die motivation mag unterschiedlich sein bei den grünen mag es daran liegen dass sie einfach zu viele kumpels haben die kiffen und bei der fdp mag es daran liegen dass sie genau wissen wie viele millionen da in kürzester zeit in den staatserkel kullern würden manch einer würde ja sagen ja aber alles wir haben gegenwärtig größere probleme als cannabis klimawandel covid außenpolitische herausforderungen im jemen in china in afghanistan in der ukraine sauberes wasser biodiversität gesundheitsreform pflege der immobilienmarkt was auch immer all diese dinge erscheinen doch viel wichtiger als jetzt die frage ob man nun legal kiffen kann oder nicht ja das ist alles richtig aber meine pessimistische prämisse lautet dass diese leute und ich rede von der spd den grünen und der fdp dass diese leute notorische lügner sind die alles mögliche in ihre parteiprogramme reinschreiben wenn sie auf wahlstimmfang gehen aber zu keinem zeitpunkt steht auf der agenda irgendetwas davon umzusetzen gut das ist jetzt eine übertriebene hyperbell aber das ist egal wichtig ist hier nur eins bei so viel einigkeit wäre es nur ein sehr geringer aufwand innerhalb der legislative und exekutive dieser legalisierung umzusetzen frei nach dem antiken spruch hier ist rados hier springe somit mag dieses thema keine allzu hohe priorität haben doch es ist ein perfekter kanarienvogel in der kohlegrube wenn es darum geht zu demonstrieren dass ich mich irre und dass diese leute keine lügner sind die nicht einmal das geringste versprechen einhalten können eines bei dem sie sich auch noch hundertprozentig alle einig sind darum ja ich befürworte die ampelkoalition aber deswegen schalte ich mein gehirn nicht ab alle drei parteien sind bei mir angezählt und man sollte ihnen ganz genau auf die finger schauen denn eine echte positive reputation haben sie in wirklichkeit nicht die leute haben einfach nur ein massives kurzzeitgedächtnis was diese parteien betrifft doch sei es drum das volk hat ihnen eine chance gegeben aber wenn eine ampelkoalition zustande kommt und nach einem oder zwei jahren cannabis nicht legalisiert würde dann wisst ihr wenigstens dass sie nur verarscht werdet und da könnt ihr euch jetzt kurz nach der wahl über eine zeitenwende freuen und diese zelebrieren am ende bleibt das nur eine illusion somit es mag ja sein dass die legalisierung von cannabis manchen unwichtig erscheint verglichen mit anderen herausforderungen es ist aber eine überschaubare gesetzesänderung und ein kanarienvogel in der kohlegrube für die ernsthaften und ehrlichen gesinnungen dieser parteigenossen dort und das ist ungefähr das was ich zu diesem thema zu sagen habe bis zum nächsten mal